Die Schweiz ist nicht nur eines der reichsten Länder der Welt, sie hat auch weltweit die höchste Kopfschuldung. Ein Schweizer hat durchschnittlich so viele Schulden wie zwei Amerikaner, vier Deutsche oder 30 Chinesen. Comparis.ch hat das Thema Schulden genauer unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass jeder dritte Schweizer über 18 Jahre schon mal einen Privatkredit aufgenommen hat. Wer einen Privatkredit aufnimmt, braucht das Geld in den meisten Fällen für ein Fahrzeug. Der zweitäufigste Kreditgrund ist die Überbrückung von finanziellen Schwierigkeiten. Für Reisen, Möbel und elektronische Geräte nehmen nur wenige Schweizer einen Privatkredit auf. Interessant ist auch, dass die Schweizer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Privatkredit haben. Drei von vier glauben, dass Privatkredite zu Schuldenfallen führen und zu unüberleitem Konsum verleiten. Zwei Drittel glauben aber auch, dass Privatkredite eine echte Hilfe für Betroffene sein können. Zwei Drittel